herzlich willkommen zu einem neuen shop video es gibt heute gleich wieder neuen skin wenn uns das ganze gleich anschauen ich glaube heute wird allerdings kein zweites video nachher noch kommen welche noch ordentlich hat das für morgen machen muss allerdings ab morgen nachmittag sind bei uns ferien das heißt zweieinhalb wochen habe ich komplett frei und da werden auf jeden fall deutlich mehr streams und videos kommen deshalb checkt gerne auch den ersten link in der video beschreibung aus dort kommt auf ein twitch kanal wenn keine streams verpassen wollte würde ich mir natürlich freunde dort ein follow da das genauso wenn ich hier auf dem kanal ein abo da das und das video bewertet und jetzt würde sagen schauen uns mal den item shop an wir haben einen skin unter den rote jade oder rote jade skin wieder ein chinesischer scan sieht ziemlich nice aus unten hier mit so ganz vielen messern sieht so richtig richtig cool aus also die farben gefallen ist schwarz rot passt sehr gut zusammen für grünen skin definitiv empfehlenswert dann haben wir den crypto skin hier mit dem coolen skelett das kind an sich ist jetzt aber nicht allzu krass gibt es definitiv bessere dann die enigma lackierung sieht ganz nett aus mit dem effekt kann man sich auch kaufen und dann haben wir den mobster hier hinten mit dem mit dem futternampf als backpack sieht ganz nice aus auf jeden fall der charakter ist jemand etwas komplett besonderes so als tier einfach und sieht wirklich wirklich cool aus dann der klauknochen hat einen schönen sound und dieses goldene gefällt mir auch ziemlich gut aber die wufflackierung ist irgendwie nicht allzu besonderes ist immer nicht animiert und die meisten animierten lackierung lohnt sich eigentlich nur es gibt ganz wenige aussagen wo sich auch nicht animierte lackierung lohnen oder gut aussehen allerdings ist das eher seltener der fall dann ist der sterling charakter wieder im shop hinten mit einem stern als wegweg wo ein diamant drin setzt das kind an sich ist ganz in ordnung wobei es jetzt nicht mein fall wäre die beschlagene hacke ist irgendwie ziemlich häufig im shop allerdings finde ich die trotzdem nicht gut ist eben halt irgendwie nichts wirklich besonderes sieht schon sehr ähnlich zur normalen spitze aus dann haben wir neuen motor und zwar die blindgänger bombe als vielen grünen emoten mal anguckt wie lange hier der motor geht ist schon gut gemacht gefällt mir auf jeden fall da haben wir disco fieber ganz nostalgisch in der season 3 kann ja das erste mal oder so rein oder in season 2 sogar verdammt cooler beat und ich glaube da denkt auch jeder an fortnight bei diesem emote super coole bewegung kann man sich definitiv kaufen dann der bracer charakter ist irgendwie auch gefühlt jeden zweiten tag im shop ist allerdings irgendwie auch nichts wirklich besonderes und sieht auch nicht wirklich cool aus und dann haben wir rücken accessoire und zwar sonnenspross als sonnenblume passt vielleicht zum einen oder anderen skin für 200 v bucks kann man das definitiv kaufen das war es dann mit dem shop video heute ich hoffe wir sehen uns beim nächsten video wieder bis dahin Ciao